Was geht Leute, mein Name lautet Danny B-b-b-b-b-netsch und willkommen zu einem neuen Video von mir Heute leider kein Gameplay, weil ihr seht gerade Auf der PS4, also ich weiß nicht, wer von euch schon eine PS4 hat Aber ich glaube nicht so viele, aber könnt ihr mir gerne sagen Wer eine PS4 hat Und ihr seht hier, ich bin gerade dabei Call of Duty Ghosts runterzuladen Und ohne Scheiß, ich bin richtig, richtig süchtig im Moment Ich weiß nicht, für wie lange das anhält Aber ich zocke gerade so viel Call of Duty Ghosts Und ihr seht schon, was ich ultra geil finde Zum Beispiel hier Ich gehe einfach hier runter Und sehe schon, was alles rauskommen wird Von Call of Duty Ghosts, welche Inhalte, welche Waffen und so weiter Bestellen sie Devastation vor So geil finde ich, das ist jetzt so eine Kleinigkeit Aber keine Ahnung, der Controller ist geil Das Menü ist geil Ich bin richtig süchtig Keine Sorge, ich habe noch mehr Ankündigungen zu machen Und nicht das, sondern das war gerade mein Handy Ich hoffe, das wird nicht nochmal laut sein Weil sonst muss ich es stumm stellen Hier habe ich auch ein paar Spiele schon dafür Mittlerweile hole ich mir die Spiele eigentlich nur noch online Also ist es ziemlich, ziemlich selten Dass ich mir die überhaupt im Laden hole Ich habe, ja Einer, Moment mal Wo ist das? Ach, hier ist es I'm famous second son So ein geiles game Wisst ihr was? Ich kann es nebenbei, während ich die Ankündigung mache Nebenbei zocken Ich hoffe, das stört es nicht Dass es kein Call of Duty ist oder sowas Aber das ist ja nur ein kurzes Video Ich kann euch jetzt mal zeigen Die Grafik von dem Spiel Übrigens, ich mache vielleicht ein Display von dem Spiel Auf Danny Jeston Weil das so bomb ist Ich kann euch das ja mal kurz zeigen Naja, auf jeden Fall Habe ich ein paar Ankündigungen zu machen Und zwar die ersten Ankündigungen sind Dass ich am Freitag Einen fetten Livestream machen werde Und zwar kommt ein Kumpel zu mir Er bringt seine PS3 mit Und wir zocken dann Black Ops 2 Gemeinsam Und das in die Nacht sein Also es wird kein 24 Stunden Stream wahrscheinlich Obwohl ich weiß gar nicht, wie es ist Wenn ein Kumpel hier ist Ein Livestream zu machen Ob ich das dann 24 Stunden besser durchhalte Aber ich vermute mal 24 Stunden sind dann zu viel Deswegen wird das kein 24 Stunden Livestream Das wird irgendwie Keine Ahnung Irgendwann in der Nacht werden wir schlafen gehen Mal sehen, wann wir Bock haben halt Und wie lange das gehen wird Und wir werden hauptsächlich Wahrscheinlich Black Ops 2 zocken Und Ja Also könnt ihr mir mal sagen Ob ihr euch darauf seid Weil ich habe ja in letzter Zeit Nicht so viel gemacht Und das ist das Spiel Das ist so geil, Alter Ich bin so sücht Halt deine Fresse Ich bin so ultrasüchtig Ohne Scheiß Das macht so einen Spaß, Alter Das ist einfach brutal, das Spiel, Alter Ähm Also was ich noch ankündigen wollte Genau Also erstmal Livestream Und Äh Dann, ja genau Wir müssen den Truck im Moment folgen Hier Diesem Truck da Weil das sind Drogendealer drin Die müssen wir eliminieren Ausschalten Wenn ihr ein Let's Play davon sehen wollt Auf meinem Let's Play Kanal Dann sagt mir durch Bescheid Damit ich Bescheid weiß Äh Dann wollte ich noch sagen Das habe ich schon Oh, ich sollte auf dem Däschchen bleiben Habe ich voll vergessen Äh Dann habe ich noch gesagt Wo ist sie? Ach da ist sie, okay Ähm Habe ich auf meinem Let's Play Oder jeder ist mal davon oder jeder ist mal auf Droge Oder sowas Halt diese komischen Sprüche Die sich ähm Während meiner YouTube Karriere Irgendwie so entwickelt haben Und lasst mich in den Kommentaren wissen Was ihr davon hält Äh denn Das wäre eine übel gute Idee Finde ich Sie biegen in die Klasse ab Hier muss es sein Okay Okay Wie ist der Plan? Ähm Sie erledigen? Sie erledigen ist kein Plan Äh Was ich sagen wollte Äh T-Shirts wären auf jeden Fall eine richtig geile Idee Können mich ja gerne In den Kommentaren wissen lassen Was ihr dazu hält Und Was mich noch interessieren würde Ähm Soll ich die töten oder was? Hey Was macht sie da? Hey Auf damit Okay Mal sehen Ich spring einfach mal runter Hey Alles klar Oh Die spiele ich so brutal Alter Ernsthaft Beste Spiel ever Alter Das macht so einen Spaß Vor allem die Grafik Der PS4 Ich zeige euch das mal kurz Ich weiß nicht Wer von euch eine PS4 hat Aber vielleicht sind ein paar Leute Schon dann interessiert so Die Grafikse einfach Bomben Ich hab noch nie so ein geiles Spiel gesehen Alter Ich bin wirklich dauerhaft am Zocken Alter Oh scheiße Oh ich muss weg Ich muss weg Ich bin schwach Voller Mann hat hier immer so verschiedene Fähigkeiten Äh Ich würde das so gerne let's playen Ist aber ein ziemlich langes Spiel Muss ich sagen Okay Ich will jetzt nicht so Ich wollte nur ein Informationsvideo drauf machen Äh Naja Ich mach jetzt eine kleine Pause Ich will euch das nochmal so kurz zeigen Ähm Also Call of Duty Ghost Lädt noch im Moment runter Sonst würde ich jetzt ein Live Commentary gleich machen Ich schließe mal das Spiel erstmal Äh Lasst mich mal in den Kommentaren wissen Was ihr dazu hält Und dann wollte ich noch sagen Ich hab mir jetzt keine Nichts aufgeschrieben Deswegen wundert euch nicht Wenn ich irgendwas vergessen sollte Äh Dass ich ein Noch eine Livestream Woche machen will Ich überlege mir Ob ich die ab nächste Woche mache Das werde ich nach dem Livestream am Freitag entscheiden Ah Genau Was ich noch sagen wollte Also zum einen natürlich Livestream Woche Das ist am Tag jeden Tag Zwei Stunden Livestream Äh Um eine bestimmte Uhrzeit Das wird wahrscheinlich dann von 8 Uhr bis 22 Uhr gehen Und das für Sieben Tage lang Also hintereinander Also von Montag bis Sonntag Oder von Sonntag bis Sonntag Oder von Samstag bis nächste Woche Samstag Oder sowas Ähm Wird das dann gehen Und das wird extrem geil Also immer nur um eine bestimmte Uhrzeit Wenn mal irgendwas passieren sollte Dann werde ich euch auf Facebook mitteilen Äh Dass es heute nicht geht Aber das müsste schon eine Ultra Ausnahme sein Keine Ahnung Ähm Dann wird es schon einen wirklichen Grund haben dafür Keine Sorge also deswegen Ähm Genau Was ich noch erwähnen wollte Und zwar habe ich mir jetzt einen Laptop bestellt Den Laptop verlinke ich mal in der Beschreibung Weil eigentlich sollte ich den Laptop kostenlos bekommen Äh Allerdings Ist das Problem Äh Dass irgendwie Weiß nicht Diese Leute waren so unzuverlässig Und es hat alles so lange gedauert Dann habe ich gewartet Dann habe ich den Laptop doch nicht bekommen von denen Und ähm Ja Dann muss ich mir den Laptop selber holen Also ein Dank an euch Dass ihr meine Videos guckt Weil sonst könnte ich mir das nicht leisten Ähm Weil der Laptop ist schon sehr sehr teuer Es ist nämlich ein Alienware Laptop Und das Geile an dem ist Dass man sogar auf der Ähm Ich glaube sogar Mit der PS4 drauf zocken kann Also das ist quasi auch so ein Laptop wie ein Fernsehen Ähm Mit 18, irgendwas Zoll Und der ist Bombe der Laptop Der reicht mittlerweile für Ich schätze mal so 2 bis 3 Jahre Und das ist echt viel für ein Laptop Weil ich meine Ich habe den PC jetzt schon So ein Jahr ungefähr Und der PC als ich den gekauft habe Mein Jetsing Der war so geil Ich glaube die Grafikkarte GeForce GTX 87 oder sowas Ich bin mir nicht genau sicher Wie die jetzt heißt Äh Aber die war so geil damals Und mittlerweile ist die einfach nur noch so Mittel sage ich mal Mittel bis gut Äh Ich kann trotzdem noch alle Spiele drauf zocken Also problemlos Aber die ist einfach nicht mehr das Was sie mal war Und die ohne Scheiß Die PC Welt Die Das ist so revolutionär Also das ist wirklich krass Wie schnell sich das Alles erneuert Und wie schnell man Wieder neue Sachen kaufen soll Muss Ähm Also wer den Laptop gerne sehen will Und wer sich den auch kaufen will Ist ja teuer Also Keine Ahnung Für die Leute die ein bisschen älter sind Ähm Vielleicht auch daran interessiert sind Was für ein Laptop das ist Die können sich den gerne ansehen Ich hab den bei Amazon gekauft Der kommt am Freitag an Und am Freitag Wenn ihr wollt Kann ich auch ein Unboxing dazu machen Äh Weil Ich weiß nicht Ich würde schon gerne ein Unboxing dazu machen Weil es ein ganz besonderer Moment für mich ist Weil ich So Ich muss sagen So Laptops und sowas Über alles liebe Ähm Genau Ich glaube Genau Eine letzte Sache noch Und zwar Das Problem sind einfach Ich hab zwei Kanäle Und ich hab Ich mach hier auch Vlogs Eigentlich mach ich die Vlogs Immer auf meinem Danny Jessen Kanal Also es gibt da viele viele Vlogs Die ich gemacht habe Zum Beispiel 25 Fakten Video über mich Äh Die sollten viele auch von euch kennen Und eigentlich mach ich da mal Let's Plays drauf Und zocke einfach das Worauf ich Bock habe Ähm Und äh Ja hab ich chill einfach nur Also Dieser Kanal ist wirklich Eine schöne Erleichterung für mich Wenn ich mal irgendwie Keine Ahnung Einfach nur chillen will Keinen Bock auf Call of Duty habe Dann zocke ich einfach da drauf Und lade da Videos hoch Kann ja auch mal sein Und zocke einfach das Worauf ich Bock habe Ähm Was wollte ich jetzt sagen Ah ja genau Die Vlogs Ich weiß nie Auf welchem Kanal Ich die machen soll Ich weiß nicht Ob ich die auf Danny Burnish hochladen sollte Oder auf dem Danny Jessen Kanal Also auf meinem Let's Play Kanal Ähm Ist natürlich ein bisschen problematisch Was hält ihr dazu Äh Und allgemein zu den ganzen Sachen Das waren ja ziemlich viele Sachen Gleichzeitig Aber ich bin mir sicher Dass zu allem irgendwie Von irgendwem eine Antwort stehen wird Und ähm Genau Das war's auch mit diesem Vlog heute Dieses Mal mit der PS4 Im Hintergrund Und ähm Genau Ciao Ciao